Präsidenten Erdogan, als er erfuhr, dass der Deutsche Bundestag diesen Sommer erstmals auch offiziell den Völkermord an den Armeniern als das bezeichnete, was er war. Es folgten wochenlange Verbalattacken und Drohungen aus Ankara. Die bislang größte diplomatische Krise mit Berlin. Über 100 Jahre, nachdem die Verbrechen geschehen waren. Während des Ersten Weltkriegs hatten türkische Verbände Hunderttausende Armenier aus dem Osmanischen Reich vertrieben. Sie wurden auf Todesmärsche in die syrische Wüste geschickt, wo sie verdursteten und verhungerten. Ebenso viele wurden in Massakern ermordet. Wichtigster Verbündeter der Türken, das Deutsche Kaiserreich. Doch die Türkei leugnet bis heute. Für viele Familien der Opfer bedeutet das, sie können nicht abschließen mit der Vergangenheit. Sie können sie nur besuchen. Inzwischen bieten einige Anbieter Reisen zu den Schauplätzen des Völkermords an. In zwei der östlichen Provinzen der Türkei. Die, mit denen der Filmemacher Bernard Monchiant in Erivan in den Bus gestiegen ist, sind Franzosen, Deutsche oder Türken und gehören verschiedenen Generationen an. Aber sie alle haben ihre Wurzeln in Armenien. Von Erivan aus, der Hauptstadt Armeniens, kann man den Berg Ararat sehen, das Symbol des Landes. Aber er liegt in der Türkei, hinter einer Grenze, die seit 1993 gesperrt ist. Im September 2015 fahren wir mit sieben Armeniern in die Türkei. Dort hatten ihre Vorfahren bis zum Völkermord 1915 gelebt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Mit der, mit der Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das ist eine große Herausforderung. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Solltefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe Das ist ein ganzes Ursatz. Jetzt sind wir die Rüste dran. Wir sind die Rüste. Wenn Sie ihnen so laufen, dann gehen Sie zur Rüste. Wenn ich nicht auf den Weg auf Kambus wieder gebe, diese Arbeit vor ihnen. Das war es so, dass wir in 1915 Jahren in 1915 waren. Es ist hier ein Gehnerer, ein Gehnerer, ein Gehnerer, ein Gehnerer, ein Gehnerer. Es ist ebenso ein Gehnerer, das die diese Schleunen, der in der weirden Arme. Wenn Sie mich interessieren, ist es eine Wohnung. Das war der Armee der Führung der Armee von Erkuh-Hazar, die die Sowjetunion der Sowjetunion. Erkuh-Halkalak-Cenerin war zwei unserer Ahalkalak-Cenerin. Dieser war Ljvon Darbinyan und Mohan Vanzan. Und in diesem Jahr haben wir aus dieser Wohnung gemacht haben. Denn in jeder Veranstaltung, in Russland und in Armenien, waren die gleichen Fotografie. Dieser Mensch hat es geschafft. Wir haben uns fotografiert, wir sind tot und wir haben uns geholfen. Jozrat, Mutterseits, also mein Großvater und meine Großmutter, die sind aus Jozrat, aber die sind dahin gegangen, also aus Adana, im 17. Jahrhundert von hier dahin, und danach von hier, 1915, deportiert. So haben wir die Geografie gelernt eigentlich, also alle Namen habe ich von meiner Oma gehört, also Adabazar, Eskischehir, irgendwelche solche Namen, und so ist es also immer im Ohr, wenn ich etwas lese, dann weiß ich, okay, also das habe ich schon von meiner Oma gehört. Meine Oma, und sie hat nie zugelassen, dass wir irgendwas Schlimmes über die Türken sagen, weil eine türkische Familie hat sie gerettet, aber dann später natürlich, die sind auch deportiert worden, und dann so sind die alle gelandet, also in syrischen Wüste, und dann gerettet worden und nach Griechenland und so. Und wenn du konkret was fragst, dann die sagen, was soll ich denn erzählen, wir gingen und gingen und gingen, das ist so. Ich hab noch ein wenig mehr die Tür. Ich hab noch mehr. Vielen Dank! Wie lange nicht? Gut, treffe ich, gut, treffe ich noch mal jetzt. Tag, es geht nicht hin à lauf! Wahrscheinlich bitte an Türen! Und das ist unglaublich. Es war wirklich eine Adoption. Das ist das. Und das ist interessant, dass sie sich überzeugt, dass sie ein Armin-Armähnien adoptieren, dass sie auch seine capacität haben. Es gibt eine Art der Faszinierungen gegenüber den Gruppen-Victimen. Das ist das Wahnsinn. Es ist ein ganzes Gänocid, ein bisschen Bizarre. Wir sind nicht in der Allem-Biologie-Logik-Logik-Logik-Logik. Im Gegenteil. Aber es ist es, wenn wir die Kinder entdecken. Ja, das ist, dass du das Groupe Bourreau ist. Es ist ein Kurs d'Histoire. Ah ah, attention, attention ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Es ist ein Körderer, es ist ein Körderer. Es ist ein Körderer, es ist ein Körderer. Es ist ein Körderer, es ist ein Körderer, es ist ein Körderer. Lachen Sie es. Die Möge kräften Tobi sich in einer Körderer. Eşit Körpersen. Wir sind hier 60 Jahre alt. 60 Jahre alt. Ich bin in dem Ort. Watsun. Wir sind hierhergegen, dass ich hier imam gemacht habe. Kün-Imam. Er ist nicht. Er ist. Er ist. Wir sind in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche, ... Die Leute, die Leute, die Kirche, die sie in den Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln. Ahir, das ist. Das ist ein Samen, ein Ot, ein Hayvon. Der Wahmetli, der ich meine Babam versiede. Er sagte, dass sie hier in der Zeit, die Kirche, die Kirche, das ist nicht so gut. Das ist der Camie. Er sagte, dass sie das Camier. Musik Oh, gut, gut. Ich weiß, was das ein Jahrhundert war. Ich weiß, dass ich es nicht weiß. Ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, was du? Ja. Ich weiß, was du? Hier ist es. Ich weiß, was du da warst. Es ist 20 Kilometre, 81 Kilometre. Und wir gehen, wie viele Stunden? 15 Stunden. Für mich ist es sehr schwer, eine Stunde, zwei Stunden zu gehen. Aber für mich ist es sehr schwierig, Erival zu gehen. Beispielsweise, wenn die Grenze nicht örtet werden, dann wird die Globalisierung nicht starten. Wir können immer die Menschen zwischen den Menschen nicht zusammenhängen. Wenn die Regierung im Kampf ist, nichts wird passieren. Die Wirtschaft werden nicht örtet. Die Faktoren werden nicht örtet. Die Grenzen werden nicht starten. Denn es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. Ich kann nicht mit Armenieren. Ich kann nichts mit Armenieren. Ich muss mit Georgien hinweisen. Ich muss mit Georgien hinweisen. Dann muss Georgien hinweisen. Und ich bezüglich Georgien. Warum? Ich will mit Armenieren bezüglich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Anna sagte etwas sehr wichtiges. Sie sagte, was die Regierung will und was die Leute will. Es ist sehr unterschiedlich. Ja. Es ist sehr unterschiedlich. Wie ich verstehe. Es ist sehr unterschiedlich. Es ist sehr unterschiedlich. Es ist sehr unterschiedlich. Wir haben die Menschen mit der Türkei verhören. Wir gehen zu uns, und wir gehen zur Türkei, und es gibt keine Probleme. Aber es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Ja, es ist nicht genug. Das Problem ist, dass Armenierer nicht sagen wollen, dass wir das wollen. Sie sagen, okay, lass uns eine öffene Grenze. Aber Türkei haben viele Punkte, die sie wollen. Was sie wollen? Sie sagen, wie Sie sagen, Nagorno-Karabakh. Das ist nur für Kinder-Gaming. Wenn Sie sagen, gib mir Karabakh und ich die Grenze öffne. Sie verstehen, dass wir nicht geben können, weil wir es für Jahre alt sind. Ich will nicht sagen, dass es nicht so dumm, aber es ist wirklich... Es ist nicht so dumm. Es ist 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 so dumm. ... ... ... Ich weiß nicht. Iches Tchik, Iches Tchik. Iches Tchik, iches Tchik. Ah, le keu, et à la ligne. Ich Christos. Ich, Keu, Seu. Keu, Seu, Christos. Das ist ein Mann, Christos. Ich bin da. 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 Ich bin da, ich bin da. Das ist das, was ich? Was ist das? Ah, naiv! Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Sie haben den Eingang.